was ist denn hier passiert willkommen zurück zu metal gear solid guckt euch diese massaker an und diese stimmen eindeutig kann man erkennen dass sie zerschnitten wurden weil hier ganz besonders hier siehst du halt den schnitt wie das blut da an der wand gespritzt ist du scheiße sind zwar unsere feines sind die terroristen aber snake wird vielleicht das gleich schicksal erfahren was ist denn hier los mensch vielleicht sollte man es mal den könne gerade mitteilen was ist mit diesen leichen sieht aus als wären sie mit einer art schwert auf geschätzt worden nicht möglich ich mach mir sorgen um emmrich holen sie ihn da raus ich mach mir sorgen um mein eigenes leben scheiß körne das ist düppel eine spezialgranate mit der sie dünne schmale metallstreifen verschiedener länge und frequenzreaktionen freisetzen gut zum überlisten elektronische geräte setzen sie es gegen maschinen mit elektronischer ausrüstung ein sie müssen es natürlich einsetzen bevor sie angegriffen werden wenn sie einen angriff erwarten verbreiten sie düppel bevor es losgeht wieso erzählt ihr uns was über düppel brauchen wir die gleich oder was aber noch master und dann geht es weiter ich habe ein bisschen schiss sind keine schönen vorzeichen sagen wir es mal so die innere stimme die vor gefahr warnt die lernt man nicht in der ausbildung da muss man schon ein paar kämpfe überlebt und ein paar freunde sterben gesehen haben bevor man das verinnerlicht hat ich habe jetzt genug leichen gesehen das reicht fürs erste du scheiß was war das dr emmrich der angeschossen wurde nee das ist ja nur so ein normaler soldat von liquid snake kurzer prozess als ob der snake nicht gesehen hat er wartet uns doch förmlich da drinnen aber das ist eine vierer tür da komme ich gar nicht rein ah die ist kaputt die ist kaputt man sieht es hier ok so komm los geht's los geht's snake ist mal mutig das kann man mal festhalten pass auf man der typ ist unsichtbar hat sie die Hose gepisst man wer sind sie wo ist mein freund wovon sprechen sie was noch snake sie sind der ninja ich habe auf dich gewartet wer sind sie weder freund noch feind ich komme aus einer welt in der das bedeutungslos ist ich habe alles aus dem weg geschafft jetzt kämpfen wir zwei bis zum tode was wollen sie ich habe lange auf diesen tag erwartet diesen augenblick will ich genießen was ist mit diesen typen los wie eine meine japan-animationen ich komme aus einer anderen welt um mit dir zu kämpfen ich werde hier ich werde dich hier nicht so trivial wie rach ein kampf bis auf den tod nur das bringt meine seele genug tun ich töte dich oder du tötest mich es macht keinen unterschied Der war gut, ey. Nun hat er seinen Logeplatz. Lass mich spüren, ja. Okay. Okay. Hier. Moment. Warte. Er blockt alles mit seinem Schwert. Goddammit. Schusswaffe und keine Wirkung. Ey. Colonel. Was ist das für ein Verrückter? Sag mal was. Fragen zu Mitgliedern von Foxhound sollten Sie Naomi stellen. Sorry, so jemanden gibt es bei Foxhound nicht. Derzeit gibt es nur sechs Foxhound-Mitglieder. Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven, Decoy Octopus, Revolver Ocelot und schließlich Liquid Snake. Seine Soldaten sind Mitglieder von Sondereinheiten der nächsten Generation. Foxhound besteht nur aus einer kleinen Zahl handverlesener Elite-Soldaten. Sie sprechen vom jetzigen Foxhound, ja? Ja. Nick, wer oder was ist das? Ist er ein Feind oder nicht? Das wüsste ich auch gerne. Naomi, Sie haben wirklich keine Ahnung. Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Was? Nichts, vergessen Sie es. Hä? Die verschweigt doch was, die Tante. Es geht hier um Leben und Tod. Eine Mission scheitert. Es ist alles vorbei. Ey. Das Schicksal liegt in Snakes Hände und die verschweigen mir jetzt was? Ist doch ganz klar. Naomi die ganze Zeit am Stocken, ey. Yo. Yo. Was ist mit dem nicht richtig? Habt ihr das gesehen? Die Stunts, die Manöver. Der Typ geht ja mal richtig ab. Wir müssen ihn tatsächlich jetzt mit Fäusten bekämpfen. Bin ich Chuck Norris oder was? Okay. Angreifen, wegrennen. Angreifen, wegrennen. So, versuche ich das jetzt. Jetzt kämpfen wir wie Kriege. Klar, Kampf ist die Basis aller Kämpfe. Nur nach dem Vertrauen einer Waffe. Ja. Solange du deinen Katana wegsteckst, du mir hast recht. Junge. Die Tüme machen auch richtig Schaden. Oh, wir spielen auf normal, aber trotzdem. Vielleicht macht er wahrscheinlich nicht so viel Schaden. Haha. Voll in den Knöten. Jetzt gibt's Spiegelei. Boah, die Stunts. Wie in meinen Japan-Animationen. Ja. Dr. Emrich. Deswegen nennt er sich auch Otakon, weil er Otaku ist. Also einer, der richtig auf die... Ja, Animes steht. Kann man so sagen. Oh mein Gott, ey. Ich will auch sowas können. Wie beweglich ist denn der Typ? Hallo? Das ist wirklich Ninja. Hanzo, Hattori. Guck dir auf. Wobei wir können einpacken, wenn man den hier sieht. Ja, ist klar. Grey Fox, ey. Den nach Hause. Ja, so heißt er eigentlich, der Ninja. Aber die Identität ist halt nicht direkt klar. Aber so heißt er. Das weiß ich. Auch von Super Smash Bros. Da taucht er auch als Helfer-Trophäe aus. In Brawl. Mann, wie kann man den denn erwischen? Das ist doch unglaublich. Hier brauch ich mehrere Trice. Der Bosskampf ist sehr schwer. Der schwierigste Boss im gesamten Spiel. Vor allem das Kampfsystem ist halt nicht so gut, ne? Eieieiei. Okay, Moment. Ich versuche es mal mit System zu machen. So, jetzt. Eieieiei. Moment. Das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Muss nur sich konzentrieren, ne? Ist im Let's Play nicht ganz so einfach, wenn man zwischendrin labert. Komm her. Muss ich den kommen lassen? Dann kurz einen Schritt zur Seite machen und dann kontern. So funktioniert das hier. Der Angriff ist langsam. Den kann man immer auskontern. Das ist gar nicht schwer. Ah, damn. Jetzt hat er mich wieder... Ja, es wird sowieso nichts im ersten Versuch. Das könnte er jetzt nicht vergleichen mit den anderen Bosskämpfen. Wobei der Panzer auch schon schwierig war. Aber der Ocelot-Kampf war er zum Beispiel geschenkt. Guck mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Vielleicht was zu heilen oder so. Dann gleich ist der Zug halt abgefahren, ne? Hier finde ich Granaten. Warum auch immer. Ja. Das war meine letzte Ration. Gleich dank Snake hier ab. Der Ninja war wohl noch ein bisschen zu viel. Er will uns nicht aufschlitzen, ne? Er will wirklich hier fighten. Ich bin immer schlecht in solchen Spielen. Ich kann auch nicht Tekken spielen oder so. Beat him up. Das war noch nie so meins. Das ist halt ein Beat him up. Bosskampf. Ja, was ist das denn, ey? Was ist das denn für eine Hitbox? Ah, komm, bring mich um. Das wird so eh nichts mehr. Hier, töte mich. Töte mich. Komm. Zeig's mir. Zeig mir deine Wut. Ja, jetzt ist er am Schielen, ne? Wo es drauf ankommt. Alter, ey. Wir haben den so wenig abgezogen. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Also, ich glaube, ich brauche den ganzen Part jetzt für den Boss. Na, wirklich schwer. Ja, gut. Meinetwegen. Dass die uns immer auch keine Tipps geben, ey. Okay. Ich konzentriere mich. Los geht's. Jetzt schaffen wir's. Zweiter Versuch. Aber ich weiß ja, was da noch kommt. Er hat noch mehrere Phasen. Er hat noch nicht das alles. Damit ist er nicht gegessen. Das kann ich zum Glück überspringen. Das wiederum nicht. Das war so bei allen Spielen. Na, okay. Jetzt geht's aber auch schon los. Alles klar. Jetzt erinnert dein Schwert. Komm her. Take this. Kämpf wie ein Mann. Drop dein Schwert. Das ist unfair. Ich hab kein Schwert. Komm. Schmeiß wieder weg. Danke. Jetzt kämpfen wir wie Krieger. Na, Kampf ist die Baust aller Krieger. Weißt du eigentlich, warum Krieger unbedingt mit Faust kämpfen sollte? Aber wenn er meint. Wenn er meint, Freunde. Okay, ich probiere es jetzt mal. Oh, hier bin ich in meine Ecke gedrängt. Damn. Erwischt. Einfach nur kontern. Ich muss jetzt ein bisschen schillen. Alter, ist viel zu schnell. Hast du gar keine Chance. Jetzt sind hier nicht eine bessere Kampffläche. Ist mir zu eng. Es ist mir einfach zu eng. Es ist mir einfach zu eng. Ja, das gefällt mir vielleicht besser. Gucken wir mal, ob ich hier besser mit klarkomme. Hö, der ist reingekommen. Aber wie kommst du jetzt wieder raus? Herr Ninja. Herr von und zu Ninja. Der dreht sich, glaube ich, zweimal. Eins. Zwei. Und dann kann man kontern. Nö. Ich war wieder zu langsam. Eins. Zwei. Kontern. Hä, wieso treffe ich den denn nicht? Guck mal genau hin. Ich treffe den doch. Was ist denn das für eine Verarsche, ey? Ah, dieser Bosskampf ist nicht meins. Jetzt hat er sogar die Scheiben zerstört. So lange da drin was Gutes ist. Guter Loot oder so. Ich treffe den doch. Betrug. Das ist doch wirklich Betrug. Ja, jetzt. Ach, dann wäre das eine längere Geschichte. Hauptsache, ich schaff's. Ja. Was ist das für ein Movement? Soll gar keine Chance, ey. Da will ich komplett gar keine Chance. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich nicht kämpfen möchte, ne? Was willst du machen? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Bin ich wirklich zu langsam? Klar, die TV-Karte hat einen kleinen Delay, aber das ist wirklich so wichtig. Scheinbar spielen wir im Wirt nicht jetzt ein Beat'em up, weil im Beat'em up ist es wichtig, ob ein Delay da ist oder nicht. Das kenne ich von Super Smash Bros. Jetzt habe ich dich aber in der Ecke ist gut. Kann ich soweit ausweichen. Ja, der Move, wie gesagt... Hä, wieso trifft das nicht? Ich check's nicht. Oh, nö, dieser Boss macht, dass es aufhört, Freunde. Oh, das muss ich hier schon wieder heilen. Schon wieder ist die erste Heilung verschwendet. Und guckt euch das an. Das Kampfsystem ist einfach nicht gut. Ja, das habe ich immer wieder erwischt, aber es ist... Ich kitzle den ja nur. Das bringt ja nichts. Komm, hier gegen eine Wand, please. Greif mich an. Zeig mir, was du drauf hast. Ja, von und zu Ninja. Ja, eine Ecke ist gut. Okay, ich lerne immer ein bisschen dazu. Try and Error, Freunde. Ja, es ist gut, wenn wir den hier in eine Ecke treiben. Wo ist er? Hallo? Warum macht er sich jetzt eigentlich nicht unsichtbar? Er will echt einen fairen Kampf, ne? Er hat auf jeden Fall noch einen Ass im Ärmel. Jetzt habe ich es raus, Freunde. Einfach hier in der Ecke stehen. Und dann kann man am besten punishen für seine Aktionen. Merkt ihr das? Jetzt war ich ein bisschen zu langsam. Aber das ist definitiv hier der schönste Erfolg. So werde ich das Handhaben. Jetzt ist er wieder in der Ecke und da kann ich ihn erwischen. Alles klar. Was hat er jetzt gemacht? Auf einmal lag ich am Boden. Lag direkt flach. Yeah. Nice. Ist halt auch wieder ein innovativer Bosskampf, ne? Auch wenn es mir jetzt nicht liegt. Man muss sagen, es ist gut durchdacht. Aha. Nächste Phase. Ah, komm und hol mich. Er steht echt auf Schmerzen der Dude. Aha. Jetzt hat er sich echt unsichtbar gemacht. Aha. Jetzt wird sie doch sheeten, ne? Merkst du, dass du jetzt am Verkacken bist? Jetzt ist er unsichtbar. Ach, da ist noch eine Ration gewesen. Sehr schön. Da ist er. Shit. Vielleicht soll ich mich nochmal heilen. Ja, ich soll mich nochmal heilen. Sicher ist sicher, Freunde. Nicht, dass er mich jetzt so anhintet. Wir brauchen jetzt hier eh mal das Infrarot-Gesicht. Ich nenne das gerne so. Infrarot-Gesicht. Denn nur damit können wir den jetzt entdecken. Klar, man sieht auch so ein bisschen die Schatten quasi. Aber das ist dann meistens schon zu spät. Machst du einfach hier mit. Ah, ich liebe auch diese Bettel-Mucke. Ich habe noch gar nichts zugesagt, ne? Ist ja noch eine Ration. Ne, Farmers. Warum ist hier Farmers? Da ist er wieder. Jetzt hört er mich. Zieh halt die Hälfte des Lebens ab. Klar. Passt schon. Komm, unterholen mich. Gar, man muss den relativ schnell finden. Das ist der Trick. Man hat nur eine gewisse Zeit, glaube ich, den zu finden. Und dann greift er einen an. Dann kann man nichts dagegen tun. Ja, ich kenne die Position natürlich nicht auswendig. Und so schnell ist Snake jetzt nicht. Haha. Da versteckst du dich. Das ist jetzt quasi ein Versteckspiel. Das ist die leichtste Phase dann. Wie in alten Zeiten. Auf den Schmerz habe ich gewacht. Boah, der Typ ist doch krank. Ich glaube, jetzt ist er nicht mehr unsichtbar. Das heißt, ich nehme wieder die Ration rein. Kann mich natürlich auch täuschen. Ne, er ist nicht unsichtbar. Oh, das war auch scheiße. Jetzt kommt eine ganz blöde Phase. Das ist die schwierigste. Ich glaube, es ist sogar die letzte. Wie macht der jetzt was? Oder kann ich jetzt einfach angreifen? Ne. Oh ja, natürlich. Was ist das denn für eine Verarsche? Ich muss nur einmal hinten. Dann kommt er vorhin hinten. Wie geht das? Guck mal, wie viel zockt denn ab? Was zum Geier ist hier nicht richtig mit diesem Boss? Alter. Härtester Boss im gesamten Spiel, ey. Ha, schön wär's. Bosse sind alle schwer. Außer Ocelot. Ich bin relativ zufrieden gewesen. Aber was in der letzten Phase abgeht, weiß ich nicht. Aber wir wüssten jetzt ungefähr, wie wir das machen können. Nur das, ey. Bitte? Was verlangen die denn da? Ich kann ihn ja gar nicht treffen. Der portet sich ja die ganze Zeit immer weg. Vielleicht kann ich mit Chef Granite da was erreichen. Ja, natürlich trifft er mich jetzt direkt. Das war jetzt eigentlich schon scheiße. Vielleicht hätte ich seine Mechanismen da stören können mit Chef Granite. Ich probiere es aber nochmal so. Das ging auch ohne. Ja, Schnauze. Ah, dieser Bosskampf, ey. Ist echt nicht lustig, oder? Echt nicht lustig. So, wo ist er? Komm her. Und ich dachte, diese Strategie wäre perfekt. Nix ist die. Perfekt scheiße ist die Strategie. Ja, jetzt erwischt er mich immer. Eben hat es perfekt funktioniert. Es war so gut eben. Jetzt geht es komischerweise nicht mehr. Ah, ich bin so schlecht in diesem Bosskampf. Unfassbar. Ich möchte nicht wissen, wie der auf hart ist. Das ist so schon unmöglich. Ich schneide das jetzt. Das ist mir zu blöd. Ich, ähm. Da, ich lass mich jetzt hier umbringen und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. So, jetzt werde ich mich richtig konzentrieren. Ich kann jetzt nicht mehr so viel kommentieren, weil der Bosskampf echt gelitten ist. Wer es schon mal gemacht hat, der weiß, wie schwer es ist. Und deswegen, jetzt muss ich echt aufpassen. Hier kann man auch gut in der Ecke kriegen. Also hier sehe ich das so, dass man ihn in der Ecke kriegen muss. Aber sonst weicht er so schnell aus, dass man quasi nichts mehr dagegen machen kann. Sehe ich zumindest so. Jetzt ist er hier in der Ecke. Ah, ich war wieder nicht schnell genug. Das meine ich. Die Ecke ist nicht gut genug. Das muss so perfekt sein in diesem Bosskampf. Das ist doch echt bescheuert. Schwierigkeit schon. Gut, aber das ist ja gelitten. Gelitten. Und ich dachte schon, der Panzer war hart. Nix. Panzer war geschenkt gegenüber dem hier. Die Ecke scheint sogar noch besser zu sein, was? Ja, den Move kannst du öfter machen. Der ist einfach scheiße. Okay. Komm her. Ja, da greife ich ihn lieber nicht an. Das ist mir zu gewagt. Komm her. Ja, da hat er mich gehabt. Da war ich in der Ecke. Damn. Und nicht greedy sein. Wenn man mal nicht treffen kann, dann muss man es akzeptieren. Ja. Komm, 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 komm. Das war mir nicht gut genug. Oh, jetzt wollte er mir den Weg abschneiden. Fies, Mann. Na, gucken wir mal. Ja. Mein Lieblings-Move. Der killt einen, glaube ich, instant, aber treffen tut er eh nicht. Das ist wie Bowser's Arschbombe in so einem Smash Bros. Macht zwar viel Schaden, aber treffen tut es nicht. Ah, damn it. Diese Range von seinen Beinen, die ist einfach zu groß. Der Verarsche. Ja. Ja, schlechte Move. Er hat ihn wieder ausgepackt. Wo ist er? Komm her. Jetzt hängen wir sie drauf, verarschen, mein Freund. Gray Fox. Dann kommen die nächste Phase, wo man verstecken spielen möchte. Darf ich mir jetzt hier nicht noch einen Fehl erlauben, ey. Ich hab mich schon zwei, dreimal getroffen. Ist nicht cool. Zweite Phase, komm schon. Ja. Das war auch gut. Das war auch gut. Was ist das für ein komisches Plakat? Ist irgendwie Easter Egg von Kojima mal wieder. Viel Metal Gear Spielen tauchen ja auch irgendwelche nackten Frauen einfach auf. Also Easter Egg, weil es Kojima, ne? Hier ist er. Hier ist er, der Gray Fox. Wo könnte er jetzt sein? Hier? Ne, da ist... Da ist irgendwas anderes. Das ist die Farmers Munition, glaube ich. Ich sehe ihn nicht. Shit. Ah, der zockt doch viel zu viel ab. Das ist doch unfassbar. Der ist doch viel zu schwer. Haben die sich denn dabei gedacht. Ist er jetzt wieder hier? Ne. Ist nur die scheiß Farmers Munition. Komm, ich bin gestohlen bleiben. Ja, jetzt hab ich schon zu viel Zeit gewastet. Jetzt muss ich aufpassen hier. Weglaufen. So hab ich keine Chance mehr. Jetzt ist er wieder weg. Da oben ist er. Ich hab ihn gesehen. Komm und hol mich. Da bin ich. Ein schlimmster Untergang. Man hört das sogar ein bisschen. Ne, doch nicht. Das ist Einbildung. Oder? Doch. Aber zu spät. Zu spät. Aber man hört das mit den Kopfhörern, wenn man gut Kopfhörer hat. Das muss doch links irgendwo sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, ich bilde mir das nur ein. Ne, war richtig. Er war links. Aber nur einmal geht es. Aber eben halt nur einmal. Ja, wie in alten Zeit. Das Problem ist, jetzt geht diese Drecksphase wieder los. Wo ich nicht weiß, was ich da zu tun habe. Also. Wenn ich ihn versuche zu hitten, dann portet er sich. Aber wie oft? Das muss ich halt hier rausfinden. Er portet sich. Ist hinter mir. Und dann kann ich, glaube ich, panischen, wenn er zum Schlag ausholt. Portet sich. Er hat aber nicht gehittet. Da hat er gehittet. Okay. Ja, da muss man aufpassen. So geht das. Alles klar. Verstanden. Schlag zu. Gerne. Du Wichser! Er hat mich gebetet. Gebetet hat er mich. Oh ja, den Move ganz gerne machen. Schlag zu, sagt er. Und importet er sich wieder. Ja, nee. Ist klar. Dir trau ich nicht mehr. Trau nie deinen Gegner, Freunde. Ja, die Phase ist ja geschenkt, weil man weiß, wie es geht. Ja, gut. Kann man dir helfen? Ich glaube, dir ist nicht mehr zu helfen, ne? Höh? Diesmal hat er sich nicht geportet. Ich erinnere mich nicht. Ich lasse mich nicht nochmal verarschen von dir. Komm her. Ha, 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 ha. Wenn dein Schema nicht änderst, wirst du hier eine Niederlage akzeptieren müssen. Nachdem ich tausendmal gefailt habe, aber egal. Diesmal wirst du failen. Bam. Zu langsam. Jürger Tislau. Nee. Einmal verarscht, nie mehr verarscht. Zumindest bei mir. Vielleicht fällt der eine oder andere nochmal drauf rein. Ich jedenfalls nicht. 200 IQ, Freunde. 200 IQ. Komm her. Loser. Geh baden. Dieser Wichser, der einen verarschen möchte. Ich find's cool. Ja, alles in allem. Ist halt auch machbar, wenn man weiß, wie es geht, ne? Man muss es halt erstmal wissen. Ist ein Blind-LP ein schwerer Boss? Das war's. Er ist down. Was ist jetzt passiert? Explodiert. Shit. Weg hier. Was ist jetzt los? Schlag zu. Will ich mich jetzt hier verarschen oder was? Keine Ration mehr, was? Ich hab voll Schiss jetzt. Da ist irgendwas elektrisch geladen. Ich werfe jetzt die Düppel. Da ist ja auch so ein elektrisches Feld irgendwie. Reicht's jetzt mal? Was ist denn jetzt noch los? Der Bosskampf ist noch nicht zu Ende. Obwohl die Lebensleistung schon weg ist. What the fuck? Dieses Spiel. Alter. Das hab ich gespürt, Snake. Erinnerst du dich jetzt an mich? Unmöglich. Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Was? Nicht schon wieder. Was ist los? Verschwindelig. Verschwindelig. Was ist das vorbei? Das ist mein Baker ja schon mal so ein Anfall. Was ist denn los mit dem, ey? Komisch. Davon hab ich nie gehört. Es passierte nach ihrem Austritt. Mein Vorgänger, Dr. Clark, war verantwortlich. Dr. Clark? Ja. Er begann das Gentherapie-Projekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor zwei Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde vier Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herumexperimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapie-Techniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha. Doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Hm. Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Fragen über Fragen. Er ist eigentlich schon tot. Er ist in Sansibar verstorben. Er ist da trotzdem da. Wollen Sie nicht rauskommen? Alles merkwürdig hier. Sind Sie auch einer von denen? Nein. Ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otterkuh? Kommen Sie raus. Wir können nicht ewig hierbleiben. Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Amrich, der Chefingenieur von Metal Gericht, wa? Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Ah, Sie sind hier, mich zu retten. Leider nein. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Naja. Wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn es nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Metal Gear? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort. Zum Abfang von Atomraketen entworfen. Selbstverständlich nur für Abwehrzwecke. Lügner. Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomraketen? Wofür sprechen Sie? Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomraketen nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Zweck dieser Übung war von Anfang an den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein! Das stimmt nicht! Ich habe es von ihrem Boss gehört, Baker! Nein! Eine Atomraketen auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein! Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Präsident Baker? Ja! Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Walkenkanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Ein Schienengewehr? Ja. Es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstack und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt. Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu acht Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen? Ja. Da steckt mehr dahinter. Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Die Metal Gear-Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und Niv-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor. Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtual-Daten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten! Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Aber es ist nur Theorie! Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht, wenn die Terroristen das Ding zünden? Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr! Es ist mein Fehler! Die Wahrheit ist, mein Großvater hat am Manhattan-Projekt gearbeitet. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Und mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Im Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Eronie. Drei Generationen von Emrich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen. Ich dachte, die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen! Nehmen Sie sich zusammen! Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Wo? Erichs ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beheilen Sie sich! Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen. Also sind Sie bestimmt zum Abschluss bereit. Meryl hat die Schlüssel für die Codesperre. Wir melden uns bei ihr. Wenn Deaktivieren nicht möglich ist, müssen wir Rex zerstören. Ja, das schaffen wir wohl mal nicht. Ich zeige Ihnen den Weg. Mit Ihrem Fuß? Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche Sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Kodak, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Hm. Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge. Ich habe das hier. Cheater. Cheater. verwendet. Foxhunt wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut. Ich will, dass Meryl sich auch um sie kümmert. Alles klar. Jetzt kennt ihr Otter gone. Meryl, der Engineer ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie. Da drüben. Ach, Mist. Sie haben mich. Meryl, was ist los? Ach du Scheiße. Jetzt wird es immer ernst hier. Was ist was passiert? Haben Sie was gehört? War da nicht so was wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang. Wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Ach, sie hat einen zückenden Hintern. Wie sie geht, hm? Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist. Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Das ist doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme. Was gibt's? Und was soll die neue Freundlichkeit? Oh nichts. Ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stört mir plötzlich weg. Ein Pechvogel. Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon. Otaku-Konvention. Ein Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Die Japaner waren die Ersten, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Für nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Was sagen alle Wissenschaftler? Ich wurde Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich? Das klingt mir etwas nach kindischer Ausrede. Da haben Sie recht. Wir tragen die Verantwortung. Die Wissenschaft hat stets vom Krieg gelebt. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Aber das ist vorbei. Ich will nichts mehr mit Mord zu tun haben. Naja, was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher. Ich weiß alles über die ganze Basis. Hangen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen. Ich bin auf Frequenz 141.12. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Bis ich das anhörte. Bis später. Als wären die in eine Beziehung, ey. Kappa Pride. Bis später. Tschüss, Schätzchen. Oh, guck doch hier mal unsere Lebensliste an. Ja. Schön gewachsen. Ja, so viel passiert. Jetzt hat der Part wahrscheinlich Überlänge. Ist mir aber auch egal. Ey, eine meiner Lieblings-Cutscenes war es mit Otakon. Ist ja auch einer meiner Lieblingscharaktere mit Solid Snake, Liquid Snake und Otakon halt. Das sind meine Lieblingscharaktere in dem Spiel. Ich feier ihn. Ich feier auch seinen Synchronsprayer. Er ist so trashig, dass man ihn einfach nur feiern kann, oder? Seien Sie doch nicht so blöd. Was gibt's? Ja, ich mag Japan-Animationen. Otaku-Konventionen. Das ist so geil. Aber was? Ja, ich bin Wissenschaftler geworden und belegiert die Zeit, wie es in Japan-Film so war. Ja, okay. Alles klar, Otakon. Es ist... Es ist... Ich kann nicht ernst nehmen. Sagen wir es so. Ich kann nicht ernst nehmen. Nein, kann ich nicht. Ha! Seien Sie doch nicht so blöd. Tja. Auf jeden Fall ist gut, dass wir jetzt eine Kontaktliste haben, sag ich mal. Weil er eben halt quasi ja Wissenschaftler hier ist. Und sich hier am besten auskennt in der Basis. Mit seiner Hilfe können wir auch vielleicht in den einen oder anderen Bereich kommen, wo wir sonst nicht reinkämen. Und außerdem hat er uns ja die Level-4-Karte gegeben, womit sich wahrscheinlich auch wieder einige Türen öffnen lassen. Ich denke, im nächsten Part vielleicht dann zurückgehen zu alten Bereichen. Und ja. Was hier überhaupt? Ach, das ist schon eine Tür. Das ist schon die Level-4-Tür. Ja, da gehen wir jetzt aber noch nicht rein, Freunde. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, kann ich das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein. Ciao. 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 Ciao.